Das Projekt Leuchtturm Und des Weiteren habe ich dann auch hier Eisenblöcke besorgt noch Nebenbei, wie ich am Hochladen war Und Tobi ist dann gerade noch scharfer am Scheren Wer bist du eigentlich da hinten? Ich bin jetzt da, habe jetzt 45 rote Wolle Ich komme die jetzt abliefern Okay, dann kannst du mit mir abreißen Ja Und wenn du Zeit und Lust hast, kannst du nochmal ein Sandbecken, den du rechts und links, wo wir drauf gebaut haben Nochmal erweitern, ich glaube drei Stück, jede Seite Okay Dann brauche ich sagen, geh was ab Sand müsste auch noch in der Kiste sein Das war nicht mehr viel, aber Oh ja ja ja, ouch Das war ja ja ja, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020